Herzlich willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Heute möchte ich euch von MapMatrix, der Special Position Tracker ist bei mir angekommen, zeige ich euch das Unboxing und möchte euch auch die Einnahmen und vor allem auch die Einstellung zeigen, wie ihr, wenn ihr euch so einen MapMatrix Miner, nenne ich es jetzt mal, aber es ist ja ein Special Position Tracker, wenn ihr euch den bestellt, wo ihr die eingangs Einstellungen macht, also hier erstmal habe ich ihn ausgepackt, der ist auf jeden Fall ganz nett eingepackt, ist ziemlich minimalistisch. Hier sehen wir dann auf dem Miner auch, wenn ihr auf dieses Kreuz links klickt, dann geht er an und damit könnt ihr dann auch wieder ausschalten. Ja, hier haben wir natürlich spezielle Sachen wie Ladekabel, da ist sonst auch nichts weiter drin, also wirklich sehr minimalistisch gehalten. Wenn wir nun starten wollen, dann brauchen wir die MapMatrix App, die wir uns runterladen. Ich habe hier ein Android System, ich denke mal, bei allen anderen Betriebssystemen wird das genauso funktionieren. Neben der MapMatrix App brauchen wir auf jeden Fall noch die Solfair Wallet und da werden wir die dann quasi runterladen und die müssen wir dann am Ende mit unserer MapMatrix App verbinden. Und da brauchen wir auf jeden Fall die Adresse über Solana und ich zeige euch jetzt, wie ihr dann auch diesen Coin, den MapMatrix Coin hinzufügt und zwar müsst ihr hier die Assets hinzufügen und hier könnt ihr dann eben über die Wortsuche eingeben. Ich habe jetzt MapMatrix ja schon hinzugefügt, ich zeige das einfach mal jetzt exemplarisch mit diesem Coin Whale Map, den ich jetzt nicht kenne und hier seht ihr auch, ihr müsst auf jeden Fall Solanas in dieser Wallet halten, damit ihr diesen Coin hinzufügen könnt, weil es eben entsprechend Transaktionsgebühren benötigt. Die Adresse, die ihr dann gleich braucht, ist hier unten bei Solana, das ist ganz wichtig, hier ist nicht die MapMatrix Adresse, sondern die von Solana und wenn ihr dann in der App von MapMatrix drin seid, dann könnt ihr die hier gleich miteinander verbinden. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, sonst funktioniert es leider nicht und zwar, wenn wir hier rauf gehen, dann auf Wallet klicken, dann haben wir hier bei Tokens, wäre es am Anfang leer und dann könnt ihr da unten, was ich jetzt ausgeblüht habe, weil da die komplette Adresse schon von mir steht, dann quasi die Adresse reinkopieren und dann ist die Wallet hier quasi verbunden mit der MapMatrix App und dann könnt ihr eigentlich schon direkt loslegen. Wenn ihr jetzt starten wollt und ihr habt den Miner angemacht, dann habt ihr oben rechts, wie gesagt, die Möglichkeit hier die Verbindung auszuwählen. Wenn ihr dann die Verbindung über Bluetooth hergestellt habt, dann seht ihr auch oben rechts, dann ist dieser Kreis so ein bisschen am Leuchten. Und wenn dieser Kreis blau leuchtet, seid ihr eigentlich auch schon ready und könnt losfahren und loslegen und könnt dann die MapMatrix Coins verdienen. Jetzt zeige ich euch das auch nochmal, hier steht schon auch ready to collect und er ist eben über Bluetooth verbunden. Ihr zeigt euch auch den Batteriestand an, das ist nämlich auch wichtig zu beachten natürlich, dass der immer geladen ist und hier könnten wir auch über die Einstellung dann auch wieder das Bluetooth ausschalten und dann ist es auch schon vorbei. So, ich zeige euch jetzt auch gerne mal in einer richtigen Fahrt, wie das funktioniert. Also ihr seht hier rechts ist, wie gesagt, das Anzeichen oder das Anlicht, links ist die Bluetooth Verbindung. Wenn ihr, wie gesagt, diesen Miner anschalten wollt, geht das über das Kreuz unten links und jetzt seht ihr, ist das Lämpchen angegangen, das zweite von rechts, wodurch ihr eben auch diese MapMatrix Coins verdient. Gut, wenn wir jetzt auf der Website unterwegs sind, da wollte ich euch auf jeden Fall auch einen Blogpost zeigen. Am 17. Oktober ist das ganze Thema gestartet und ich habe dann auch angefangen und das Allerwichtigste am Anfang, wenn ihr fahrt, berührt bitte diesen Special Position Tracker nicht, schreiben sie hier nochmal extra rein. Habe ich natürlich auch nie gemacht bisher. Dann in der ersten Phase schreiben sie hier, dass man eben, wenn man fährt, dann solltet ihr 15 Minuten fahren, dass man 220 M-Maps Coins bekommt. Das ist mittlerweile ausgestellt. Die Coins kriegt man dann am Folgetag gut geschrieben. Das kann manchmal ein bisschen früher sein, manchmal ein bisschen später. Also hier schreiben sie eigentlich immer was von 8 Uhr, aber bei mir war das auch schon vorher und später. Wie es jetzt aktuell aussieht, weil wie gesagt, die ersten zwei Wochen habe ich wirklich, wenn ich gefahren bin, selbst wenn es nur 5 Minuten waren, 220 von den M-Maps Coins erhalten. Jetzt ist es so, dass eine Stunde einem Gegenwert von 110 M-Maps Coins entspricht. Also wenn ihr eine Stunde fahrt, bekommt ihr 110 und ihr müsstet quasi wirklich zwei Stunden fahren, um den vollen Gegenwert zu enthalten, weil er auf 220 M-Maps gedeckelt ist nach oben hin. Gut, jetzt ist es vielleicht auch ganz wichtig oder interessant zu sehen, jetzt nach so circa drei Wochen, wie viel ich verdient habe. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir hier auch einen Swap durchführen und zwar den M-Maps. Swappe ich jetzt einfach mal beispielsweise gegen UCC. Da sehen wir, dass ich bei ungefähr 13,26 Dollar lande, also auch quasi Euro. Und ja, jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung sehr gespannt unten in den Kommentaren. Lasst mich das gerne wissen, was ihr dazu haltet und was ihr dazu findet. Dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und natürlich auch ein Abo da lasst. Wenn ihr weitere Updates dazu sehen wollt, dann lasst es mich auch gerne wissen. Und dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Videoempfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.